lanzarote die in nichts als labergeröll und schwarze asche gehüllte mit 300 vulkanen noch immer erdgeschichtlich aktive schönheit treibt wie eine plattform beginnenden lebens träge im atlantik die glut des erdinneren ist hier fühlbar und erlebbar wie auf keiner anderen insel des archipels vor 20 millionen jahren entstand das eiland als sich die unterseeischen schlünde im schoß der erde öffneten als gewaltige laber ströme und vulkanausbrüche die insel wachsen ließen bunt schillernd erstachten dort wo sie der besucher heute schaudernd betrachten kann einfach treiben lassen und staunen so habe ich lanzarote genossen abseits vom touristenrummel vielgesichtig spannend urtümlich schön wie keine andere insel des archipels horrich slow confrontation quindi 2017 spotlight aff je